Ok, we back! Wir sind zurück mit dieser Rüstung. Gedehnt ein bisschen, lungert ein bisschen herum. Es hat sich nicht viel hier verändert leider. Ich habe nicht viel richten können. Ich habe mir mal die Stufe 41 Waffen hergerichtet. Die werden wir dann benutzen. Den kann ich eigentlich vernichten hier. Dann habe ich mir dann mal einen goldenen Effekt, um auf die Waffen zu hauen. Leider zu spät dran gedacht. Ich brauche jetzt das Schild. Ok. Gehen wir weiter Richtung Hauptstory Main Quest. Richtung Shirar and Monster Fights. Hm, was zum Lesen. Über Bluthunde. Ne, ich mag eher Dolmadina oder Schäferhunde. Ich glaube, das habe ich übersprungen letztens, weil sie nur die Gleitere draufgeklettert. Ja, da wird wirklich nur Leid darauf geklettert. Ok, dieser Fight wird fertig. Ich habe ein bisschen einen Sniper. Also das habe ich mir gekauft, das Sniper. So. Jetzt sind wir mit dem Fight Club. Das ist das einzige neue hier. Das Clemo ist weg drauf. Du musst sie abwehren. Dann werden wir vielleicht brauchen. Nachladen mit Eis wieder. Dann zieht es. Ok, ich kann mir gleich mal meinen feiniger Minitern rausholen. Ok. Mal sehen, was das kann. Ja, vielleicht tut das Team Monster sehr gut eigentlich. Na ja, hier ist irgendwo ein Boss. Was ich wirklich jetzt ausrechten geht mit dem Teil halt nicht. Mein Teil ist nicht geschützt. Ich bin nicht geschützt. Ich bin nicht geschützt. Ich bin nicht geschützt. Nein, bin ich nicht, wie euch das überlebt. Oh, ich bin nicht für mich da geklappt. Verdammt. Ich werde nicht drüber getroffen. Dann bin wir schon mal nah. Ok. Und treffeln. Ich krasse es wieder Zeit leichter, wie das war. Das letzte war. Jetzt waren es gleich. Ja, alles andere ist leicht. Es gibt eine letzte Option. Vor einiger Zeit ließ sich Sprengsitzer an der Mauer platzieren. Bestes Gefühl, ich bin dran. Jetzt hau auf den Scheiß, zünder und riste diese Mistviecher! Ja, ich guck mich nicht gegenseitig mitgefahren. Ich habe mich nicht gesehen. Kein Chance, mich an mich ranzuschleichen. Ein blauer Gegenstand. So viel kommt mir leider nicht zum Smerken hier. Mit Icarus wird es besser. Auf Icarus freue ich mich echt schon. Ich dachte, es ist auch schon vorgelevelt mit allen Sachen, die man raufhauen kann. Das wird gut. Okay. Platz hin? Nein, ich guck gar nicht. Das zählt nicht, das Platz hin. Du bist dran. Hier ist Moni. Okay. Jetzt haben wir fette Fights. Es geht alles vor mir. Oh nein. Oh nein. Mist. Wir haben Blut gelegt. Jetzt gehen wir auch durch Feuer, um uns zu kriegen. Oh scheiße. Viele Nachlagen einfach. Hören wir es auf die altmodische Tour. Die kleinen Tippen brauchen wir eigentlich hier nicht viel. Hier auflocken werde ich sie. Das ist der Plan. Und warten bis der Große kommt. Ich hab' die Gefährtenkugeln. Die Gefährtenkugeln. Die Gefährtenkugeln. Ich hab' heute nachgeschaut. Anscheinend hab' ich meine Gefährtenkürze nicht in Short-Videos verwandelt. Leider. Die Gefährtenkugeln mit 100% weniger Kürzen. Tut mir leid. Tut mir leid. Nein, ich darf es schießen. Das ist ganz, wenn dann die Gegner. Okay. Sniper. Brauche ich nicht. Das brauche ich. Oh. Bastard. Und was Fettes kommt auch noch. Oh. Wie hat's denn da steht? Ach. Opa. 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 So heißt doch nicht. Klingt cooler. Okay. Unser Protransporter hier ist auch. Ah, er ist geschützt. Du bist dran. Jetzt, äh. Toxic ein. Okay. Jetzt müssen wir den Minigam bei dem Dippen. Auf. Ja. Da kommen mehrere. Aber ich teste ja den Rückzug. Jetzt müssen wir den Minigam. Oh. Das ist hinter mir. Oh. Das ist mit dem Minigam. Oh. Das ist mit dem Minigam. No backstraction. Ja. Das ist mit dem Minigam da. Da ist es mit dem Minigam. Die braucht zu lange bis die weg geworfen ist. Noch ein Geschick? Nein. Nicht ein Geschick. Oh, wenn der mich auch noch erwischt hätte, wäre es das was gewesen. Ja. Da ist ja. Da ist ja. Ein bisschen gefährlich für mich. Amal einer. einmal einzelner Techno-Manser und ja, so ein Techno-Dancer-Typ Okay, wie viele Gegner kommen da noch? Die letzte Ich bin kurz vom Aufleveln, oder? Ja, jetzt kommt noch eine Welle Ja, ich hab noch viele Leute Everybody's Favourite Das ist nicht wirklich Nein, ich dachte, ich bin verdammt Das ist ein LMG LMFMG Was? Please Please Oh boy Nicht cool, nicht cool Das macht noch alle Alles auf cooldown gerade Alles auf cooldown Ja, da sind die MFMG MFMG sind schlechte News Das ist eine Das ist eine Ich bin Was? Das ist eine Ich bin nicht dran, ich bin auch ein bisschen zu schaffen. Ich bin auch ein bisschen zu schaffen. Ja, okay. Da bin ich mir in der Kona. warum brauche ich so lange, bis ich da raufgehe? Ich glaube, der Mann schneller, wenn der Mann nicht lang geht. Mach's doch. Mach's doch. War ich mit dem Level Up? Nein. Oh, Baby. Okay. Wir können alles austauschen eigentlich. Tja, dann hoffe ich mal auf ein Wunder. Schmieter oder Donauvogel, wirklich. Ich glaube, Donauvogel war am Geisten. Keine neue Rüstung. Markieren, vernichten. Ja, schon richtig cool. Jetzt kommt immer eine fette Kerze hin. Tagebuchnotiz brauchen wir nicht. Und es wird hier, es sollte automatisch hochgegangen sein. Nein, ist es nicht. Was habe ich bekommen? Eine weitere violette Waffe, wie es ausschaut. Auszeichnungen. Ein Banner. Äh. Yay. Ein Banner. Äh. Ja. Nein, das mal nehmt mir sowas sogar. Das könnte auch viel helfen gerade. Schmerzmittel. Schmerzmittel. So. Jetzt muss ich nochmal durchschauen, ob ich auch ja nichts vergessen habe. Und dann werden wir weitermachen mit Katzsens. Da ist was. Was wichtig ist. Meine Hose. Nein, könnte wichtig sein, oder? Scharfschützengewehre. Äh. Vielleicht, wenn das Scharfschützengewehr auch wirklich gut ist. Money, money, money. Keine Lootkiste bis jetzt. Und dann fette Katzsens. Bööö. Schaut cool aus, der Snapper. Western-mäßig. Die Frage, ob es... Naja, es hat keine Dreifähigkeiten. Es ist es nicht wert, dass ich es behalte über die lange Dauer hinweg. Es ist vorbei. Der Sturm soll heute Nacht seinen Höhepunkt erreichen und das werden wir nicht überleben. 30 Jahre beschissener Krieg. Wozu? Es ist nicht vorbei. Wir können den Sturm aufhalten. Sahidi hatte recht. Wir haben einen Gast dabei. Der letzte Ur-Splitter. Iruk Itare kann euch retten. Doch kann auch nicht geben. Warum nicht? Eure Feinde würden ihn zerstören. Um die kümmere ich mich. Nein. Du kennst meine Stadt. Mein Volk. Keine Zukunft, wenn Krieg führen. Kein Itare ohne Frieden. Frieden? Und dafür bist du extra hierher gekommen. Du denkst, wir spielen heile Welt mit den scheiß Rebellen nach allem, was passiert ist? Sorry, das kannst du vergessen. Nicht mal für deinen magischen Alien-Scheiß. Atuma. Ich dachte, du würdest uns helfen. Ich kenne ihre Kommandantin. Sie wird nie einfach so aufgeben. Aber wir müssen es versuchen. Das alles zählt nichts, wenn wir tot sind. Willst du Zukunft sehen? Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Schau. Schau. Was hast du gesehen? Schau. 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 Ich glaube nicht, dass ich noch was kaufen werde hier. Mit den Waffen sollten wir ziemlich gut dran sein. Schau. 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 Hatte gehofft, von dir zu hören. Aber ergeben, das bist nicht du. Ich glaube, auch du willst diesen Krieg nicht mehr führen. Du wusstest von Salvadors Fund. Wir sollten die Pex-Schamanin nie erreichen. Warum? Eine alte Hexe, die Unmögliches verspricht? So wird es nicht enden. Die Schamanin wird uns retten. Uns alle. Grand Marshal Goodman. Wir sind uns nie begegnet. Aber wir wollen uns seit Jahren gegenseitig töten. Das soll vorbei sein. All dieser Hass. All der Schmerz. Hatte vergessen, wie sich das anfühlt. Hoffnung. Aber ich sah sie. Und ich weiß, du wirst die gleiche Wahl treffen. Wir können alle im Sturm sterben, oder wir beenden diesen Krieg. Und retten die restlichen Menschen. Gemeinsam. Es gibt keine Rettung für uns. Die Menschheit ist längst tot. Ihr kamt nur nach Enoch, damit wir in den Stürmen geboren werden. Verschwendet keine Träne. Die Grand Marshal hatte hier keine Zukunft. Aber du und ich. Wir sind die Zukunft. Wir sind die Evolution. Erwählt von der Anomalie. Nur noch ein letzter verheerender Sturm. Und danach werden wir so viele mehr sein. Und dann werden wir so viele Menschen. Ich sah es, dass es so enden würde. Du hättest nicht sterben müssen. Ich habe es dir nie gesagt. Ich war froh, als du zurückkommst. Riftown wird angegriffen, wir müssen los. Outrider, die Schamanin ist verschwunden. Riftown wird angegriffen, wir müssen los. Nein, ich muss den Krieg beenden. An der Schwele. Uh, schaut das cool aus. Der Brustpanzer ist richtig cool. Mit den Knochen. Oh. Oh Gott. Ich verstehe das nicht. Warum hat sie sich ergeben? Sie spielt keine Rolle. Ich finde ihre scheiß Kommandantin und dann bringe ich sie um. Schnell. Der Sturm ist echt übel. Ich denke, wie viel mir jetzt festkugeln. Verdammt, ich treffe keinen einzigen Schuss auf den Snurper. Ich wollte hier die Elf-Episode beenden. Ich treffe ihn eh nicht. Schütz, du bist dran. Oh, okay. Jetzt habe ich fast. Bum, 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 bum. Raus. Der Donnervogel ist nice. Der Donner-Effekt macht Blutschaden. Ah, ich bin anscheinend ein bisschen weiter. Ich muss das Headset wieder runtergeben. Headset muss runter. Zu heiß. Zu heiß. Ja, der Donnervogel wird mich wieder weitercarrieren. Ja, wird wieder reingesteckt in diese Waffe. Kann ich den Schnitter hier auch mal ausprobieren. Ähm. Ich gucke es kurz. Ich meine gerade ist ein schlechter Zeitpunkt, um ins Invertar zu gehen, aber wo ist der Schnitter? Ja, da ist der Schiefer. Oh, ich werde mich gleich überraschen. Nein. Er ausschaut gut aus. Wird auch gut aus. Ein einziger Snapper hier hinten oder was? Ich habe viel Magazin, wie es ausschaut, die Baffer. Die Dammt hat mich erwischt. Einzelne Scharfschützen. Oh, dass man nicht weiterwurft. Ich bin stolz auf dich, Mädel. Das ist ein guter Wurf. Ich muss den Snipern. Ich muss den Snipern. Wir laufen ganz rundherum. Ich muss den Snipern wieder aufziehen. Ja. Hat alles gerade stark aus. Also das Snipern, der Snipern nicht so. Das ist anders gebirgt. Das Repetiergewehr. Wohle ja. Ich bin ja schon nicht da, aber die sind doch schon weg. Ich muss das Akkût auswerden. 1, 2. Auch kriegelt das. Ich muss das nicht wieder aufziehen. Ich muss das Mal weg. Nein, Minichum, ich habe. Ich muss das noch weg. Ich muss das noch weg. 1, 2. Ich glaube. Unnutzlos ist die Niga. Wir haben uns nicht mehr. Das ist die Blythe. Das ist ein bisschen zu nice. Der Fertilsteinbruch hatte mir eine nice Gruppe. Da hab ich einfach zu wenig Glut dafür gefunden. Das ist ganz gut. Das ist ja auch ziemlich nett. Ich will auf Distanz... Toh! Ah, das darf trotzdem stehen. Ja, ja, die Waffe kann was. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.